Hallo, du interessierst dich für die Pharmazie? Überlegst, ob du später mal Apothekerin oder Apotheker werden willst? Oder steckst schon mitten im Pharmaziestudium? Dann hast du dir vielleicht auch schon Gedanken darüber gemacht, wie du dein praktisches Jahr verbringen willst? Nein? Na dann pass mal auf! Wie wäre es denn in der Industrie bei Berlin Chemie? Das traditionsreiche Familienunternehmen bietet jedes Halbjahr über 15 Plätze für Pharmazeutinnen und Pharmazeuten im Praktikum an. Aber warum in die Pharmaindustrie, wenn man doch auch einfach hierbleiben könnte? Bei Berlin Chemie kannst du dich in deinem Praktikum für eines von fünf verschiedenen Tätigkeitsfeldern entscheiden. Egal ob deine Interessen im Bereich Zulassung, Qualitätssicherung, Herstellung, Qualitätskontrolle oder Forschung und Entwicklung liegen. Bei Berlin Chemie erwarten dich im Praktikum verschiedene Einsatzgebiete mit vielfältigen Aufgaben. Du kannst entscheiden, ob du lieber hier arbeitest und dich mit Recherchen, Prüfungsvorschriften oder Prozessoptimierungen beschäftigst. Aber vielleicht ist auch das hier dein Liebster Platz. Oder du hast mehr Interesse am Herstellungsprozess oder der Analyse von Arzneien oder der Forschung. Während des gesamten Praktikums wirst du von erfahrenen Apothekerinnen und Apothekern betreut, bekommst sogar eine GMP-Schulung und kannst dich bei verschiedenen Veranstaltungen mit anderen Fachleuten austauschen. Egal ob du ein Bücherwurm, eine Analytikerin, ein Netzwerker oder Ideengeberin bist. Die Aufgabenfelder als Pharmazeut oder Pharmazeutin im Praktikum bei Berlin Chemie sind so vielfältig, dass ganz verschiedene Typen gesucht werden. Zum Beispiel sie oder sie, er, sie, er auch und sie natürlich auch. Also, wenn du dir vorstellen könntest, Teil dieses Teams zu werden und einen guten Überblick über ein Pharmaunternehmen erhalten willst, dann bewirb dich bei Berlin Chemie und lerne das pharmazeutische Handwerk abseits der Apotheke kennen. Tschüss und bis bald!